Seid gegrüßt, liebe Freunde, hier nochmals zum Voting-Video für das kommende Let's Play bei eurem Alpha Chief. Ich hab mir eure Kommis angeguckt und es kam echt eine Menge Resultat. Erstmal fett Danke, wirklich mega Danke. Ich hätte jetzt nicht so erwartet, dass so viele Leute mir schreiben und mir Vorschläge gemacht haben. Ich hab das so ein bisschen ausgewertet, ein bisschen geguckt, so wie sind bis jetzt eure Resonanzen und bis jetzt sieht das ganz klar aus nach Call of Duty Modern Warfare, die Remastered-Version und den tollen neuen Game, was auch momentan der Sarazar schon spielt und manch anderer auch schon, nämlich Mass Effect Andromeda. Bis jetzt sind die beiden Games bei mir ganz oben. Klar gibt's noch andere Sachen, die vorgeschlagen werden. Das hab ich mir natürlich jetzt im Hinterkopf behalten. Vielleicht so, dass ich mal ein, zwei Sachen mal davon mache. Jetzt nicht als komplettes Let's Play-Reihe. GTA Online war jetzt auch so ein Gedankenstoß, wo ich mir dachte, hey, das könnte man vielleicht so mal ein bisschen noch mal irgendwie ins Leben rufen, so mit ein paar Freunden. Einfach mal GTA Online zocken. Müsste ich da noch mal abklären. Vor allem muss ich da noch mal gucken, wie man irgendwie, ja, die tollen Party-Chats in meinem Let's Play da so aufnehmen, weil ich benutze Windows 8 und nicht Windows 10 und da hab ich jetzt keinen Bock da abzugraten, nur wegen dieser kleinen Sache. Ja, müssen wir mal schauen. Das aber alles viel später. Wie gesagt, bis jetzt sind ganz oben Mass Effect Andromeda und natürlich auch das gute, gute, gute Call of Duty Modern Warfare. Also sprich, ich glaub, ursprünglich hieß ja Call of Duty 4, wenn ich mich nicht ganz irre. Wie gesagt, in euren Kommis standen auch, ja, Call of Duty, ja, oder Mass Effect, beides gut. Jetzt mach ich mal was ganz Knallhartes. Ihr votet jetzt einer für beiden Spielen und, ähm, wann kommt das jetzt raus? Ich glaub, Mass Effect kommt, glaub ich, jetzt die Tage jetzt raus, die Woche. Ich hab das jetzt nicht mehr im Kopf, wann genau. Ich glaub, jetzt Montag schon oder Mittwoch. Ähm, kommt Mass Effect raus. Ich werd's nicht sofort let's playen können, weil das Wochenende, das kommende Wochenende, ähm, da werde ich viel mit meiner Frau Zeit verbringen. Daher werde ich mich da nicht hinsetzen können, da was aufnehmen. Leider würde das dann nicht so klappen. Vielleicht schaff ich das ein bisschen, was in der Woche irgendwas zu, aufzunehmen. Aber das ist immer so ein bisschen abhängig, ähm, weil jetzt fangen langsam die Urlaubszeiten im Job an und, äh, das wird ein bisschen kenniflich. Ähm, da ich da noch relativ frisch und neu bin, versuch ich da auch, mich da durchzumurksen, sag ich jetzt mal. Ähm, auf jeden Fall mach ich jetzt mal knallhart, ihr wählt, welches Game der gute Alpha zocken soll als Let's Play. Entweder Call of Duty Modern Warfare oder Mass Effect Andromeda. Bei beiden Sachen muss ich was sagen. Call of Duty Modern Warfare wird eher so ein, vermutlich ja mal so ein 30-Part-Game sein, um, ähm, also, ja, Call of Duty, genau. Und Mass Effect Andromeda wird wahrscheinlich eher so ein Game sein, das sogar bis auf die 100 Parts, wenn nicht sogar höher kommt. Weil, typisch Rollenspiel, da kannst du natürlich alles machen. Alles. Haha, wirklich alles. Ähm, ja, deshalb, ähm, denkt drüber gut nach. Ähm, würdet ihr euch wirklich ein so langes Let's Play bei mir angucken? Ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht immer schaffen, dass dann jeden Tag eine Folge rauskommt. Weil, Job. Ähm, aber ich würde, wenn's, ich sag mal so, wenn wirklich die Resonanz bei euch wirklich groß ist, dass ihr sagt, ja, wir lieben das bei dir, wir wollen das bei dir sehen. Ähm, na, kein Thema. Dann setze ich mich hin. Ich meine, bei Halo 5 Guardians, bei dem Multiplayer ist das nicht anders. Ihr guckt das auch verdammt gerne bei mir. Ähm, allgemein guckt ihr ja Halo gerne bei mir. Und wenn ich so Multiplayer-Schlachten mache, dann seid ihr ja auch immer so voll im Pedo. Ähm, ist ja auch mega geil. Wie gesagt, ich will jetzt das so ein bisschen so kurz halten. Ähm, ihr wählt entweder, äh, Mass Effect Andromeda oder halt Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ähm, schreibt es mir bitte rein. Wenn ein Kommi, ähm, bitte dann wirklich nur eins von den beiden voten, ähm, am besten dann Kommi hinterlassen. Und wer kein Kommi hinterlassen kann oder möchte, ähm, ja, der kann von mir aus auch irgendwie ein Däumchen geben. Oder weiß der, guck, keine Ahnung. Also mir wäre es lieber eigentlich mit, mit, mit Kommi. Von mir aus auch Facebook, auf Twitter, falls ihr jetzt nicht auf YouTube macht, äh, ist das kein Thema. Ähm, ich werde das dann überall veröffentlichen. Ich werde das dann zusammenzählen. Ähm, persönlich weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, ich möchte das jetzt auch nicht manipulieren. Also ich werde jetzt nicht generell sagen, auf welches Game ich mich mehr freuen würde. Weil nicht, dass mein, ich sag mal, meine, meine, ähm, ja, mein Wunsch dann irgendwie, ja, beeinflusst. Also wie gesagt, schreibt es rein, teilt das von mir aus auch bei euren Freunden, damit viele Votes kommen, ähm, die dann, was weiß ich, bei mir in der Xbox-Gruppe seid, äh, sind, können das auch gerne in der Xbox-Gruppe da, ähm, da reinschreiben. Hey, der Alpha votet, keine Ahnung, was weiß ich, ähm, da möchte ich wirklich, ähm, ja, gute Ergebnisse, bin ich ja gespannt auf gute Ergebnisse, weil bis jetzt, was ihr gestern da geleistet habt, war super. Deshalb, entweder Mass Effect oder Call of Duty. Wann das LP dann rauskommt, kann ich euch da nicht sagen, weil ich muss, würde das erstmal vorproduzieren, um mir erstmal keinen Stress zu machen. Gut, bei Mass Effect hätte ich jetzt keine andere Wahl, wenn es am Tag eins kommt, äh, also ich kann nicht jetzt mich hinsetzen und Mass Effect aufnehmen, weil, äh, ihr seht's ja, vorbestellt. Ich kann's nicht mal eben, äh, ich kann's nicht machen, ich kann nicht einfach jetzt zocken. Deshalb, ähm, schreibt es rein, welches der beiden Games und, äh, dann bin ich mal gespannt. So, wir sehen uns, euer Alpha.